Geht das so oder muss ich die in die richtige Richtung bau- ich muss sie in die richtige Richtung bauen? Toll! Was denn? Die Förderbänder muss man einfach in die richtige Richtung bauen, du kannst sie nicht von zwei verschiedenen Seiten zusammenbauen, das geht aber nicht. Ist der sicher? Ja, habe ich gerade herausgefunden. So, dann aber dahinten nehmen. Was ist nichts los? Oh, ich brauche Eisenplatten. Und was machst du gerade? Äh, Meilenstern. Nein, ich brauche die Platten. Du hast mir gerade die Platten geklaut, oder? Ich muss auch weiterkommen bei meiner Arbeit hier. Ihr müsst jetzt mal gucken, dass ich die Produktion auslaufkriegen. Okay. So, ne, Scheiße. Dann machen wir jetzt mal die Produktion weiter. Ähm, was hast du dir vorgenommen? Ich brauche nur Eisenplatten, um die Förderbänder zu bauen. Als nächstes fehlt da noch Strom und dann war es das. Dann ist die Seite hier schon mal fertig. Dann machen wir hier die Platten draus, ne? Alter! Ja! Ich habe kaum Leben noch. Ähm, so. Was brauchst du? Förderbänder. Ich brauche Förderbänder, genau. Du brauchst Förderbänder. Viele Förderbänder. Da kommt was. Äh, warte. Hä? Hä? Das, ähm. Ne. Das geht nicht. Hä? Was? Geht doch. Wie viele Platten hast du? Ähm, gerade nochmal 22. Okay. Ich finde das diese Schräge da geht. Finde ich. Die Verbindung hier, das müsste eigentlich funktionieren. Ja. Mir fehlen 3 Stück. Aber die sieht so doof aus. Ich habe 3. Sieht ja nicht irgendwie so schräg aus. Das ist, wie schräg, meint er hin? Ich sehe gerade, wir müssen noch eine Sache umbauen. Warte kurz. So, Förderbahnmast. Warte, bevor du es baust, warte. Hä? Kannst du das mal abbauen? Ähm, einen Moment. Ja. Muss nämlich da geconnectet werden. Warte, der da hinten muss auch noch ein Stück versetzt werden. So. Okay. Läuft, oder? Ja, hier fehlt nur ein Förderband, ne? Ein großes. Hm, weiß ich nicht, ob ich... Kann ich wahrscheinlich nicht, ne, ich kann es nicht bauen. Kein Material. So, da muss ich nicht noch Strom dran setzen, und wir müssen noch die Außenmeste hier hinkriegen. Wir produzieren viel zu wenig, ne? Gerade ja. Ich hab da noch sofort zwei Folgen, wir haben viel zu viel. So, äh, was brauchen wir für Strommästen? Wir brauchen mehr für vier Scheiben, du. So, ich muss gerade... Ich sorg mir gerade für den Energiekranz, von dem ich gesprochen habe. Ja. Ach, der Container muss weg. Hier sind zwei Container, die kurz weg müssen dafür. Man muss den Inhalt voll rauchen, glaub ich schon. Ja. Ups, ich drücke immer wieder den falschen Knopf. So, ähm... Energiestrommast, so. So, kannst du den Container mal kurz umlagern? Den hier? Ja. Ja. Mach ich die Krippe, no way. Äh... Fundamente... Ach nee, der kommt da mit dem Konflikt, ernsthaft? Wie kommt denn der hier mit dem jetzt in Konflikt? Achso, der Strommast. Ah, okay, weg damit. Ich dürfte, glaube ich, gerade kurzzeitig keinen Strom haben. Okay, kannst du wieder... Warte. Nein, das war das Falsche. Ähm... Da, Container. Hä? Achso, ah, Mist. Du kannst den ja eigentlich ja direkt hier oben anschließen. Ja, ich hab noch nicht mehr Material, das ist dabei. Müsstest du grad machen. Obwohl, das ist der von den Rohr-Systemen, ne, was sie gesagt haben. Aber dann programmieren wir den später einfach ungefähr. Ist doch egal, Erfner. Ja. Na, jetzt produzieren wir halt hinten nicht mehr, ne? Ja, Strom. Ich kümmere mich drum. Ich hab halt gar kein Material jetzt mehr. So, ähm... Zwei. Müsste jetzt eigentlich wieder laufen. Ja, aber der hinten ist nicht angeschlossen, ne? Jetzt der hintere. Wie der hintere? Nee, weil kein Förderband dran. Hä? Geil. Achso, du hast das nur hinten jetzt gerade, ich verstehe. Ne, dann ist gut. Es fehlt gerade nur Strom. Ich bin aber gerade dabei, das Strom ist ein bisschen unzurüsten hier. So, ähm... Die drei Eckpfeiler haben wir schon. Einer fehlt hier hinten noch. Ist die Frage, aber ich glaub nicht, dass die hinten noch ein Fundament gut hinkriegen. Ne, ne, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. So. So, jetzt einmal ganz kurz, ähm... Die Vorderseite müssen wir auch nochmal umstrukturieren. So, jetzt müssen wir das hier später ein bisschen umbauen, aber es ist jetzt erstmal angeschlossen. Ja. Wir haben alles erforscht, was zu erforschen ist, ne? Das heißt, wir können theoretisch nächsten Tierbereich vorrücken? Das geht nur mit einem Weltraumlift, ne? Ach, ja. Ja, gut, ähm... Das heißt, vorher geht es jetzt eigentlich nur noch um Optimierung erstmal, ja? Okay. Weil wir brauchen viel zu viel, um mit dem Weltraumlift auf Tier 3 und Tier 4 zu... Um, um, um... Um und Ewigkeiten. Stromausfall. Ich weiß. so 1 2 3 das ist doch scheiße noch mal stromausfall ich will ein bisschen mehr übersicht reinkriegen so ich brauche einmal das ringnetz auf so das ringnetz steht wir haben jetzt da drei generatoren angeschlossen und den verbinde ich jetzt an dem ringnetz beziehungsweise kann ich den eigentlich für wegnehmen 2 so da geht noch einer weg drei generatoren, da angeschlossen, da angeschlossen so läuft eigentlich alles wieder? ja ne? mhm, bitte ausbauen gut also der hier vorne den generatoren direkt, der sammelt die drei generatoren und schließt die auf das ringnetz auf das ringnetz geht ja, hat hier noch einen abgang das weg geht? hat auf ah ne, hier hinten fehlt noch einer, ok den schließen wir noch hier an, warte, am ringnetz ja, so diese ringnetz ist jetzt ausgelastet, der hier geht nicht mehr weiter ja der nächste Pfeil ist dann der hier wo wir die wegnehmen können ja so dann geht hier am ringnetz noch einer weg hier vorne und theoretisch der hier in der Mitte kann man auch das ist möglich das ist möglich das ist möglich du kannst dich schon mal um neuen generatoren kümmern oh im Moment weil ich jetzt hier den, der schließt stromletz hier hinten aufbauen werde so eins, zwei, drei dann lässt man fletter eins, zwei, drei hier würde ich ihn sammeln oh, hab ich keinen mehr? doch, hört doch warum bauten die denn nicht, hä? ich bin nur gemacht ah, das wird von nachher wahrscheinlich reden ah, ok komisch eins ah, ich brauch Kabel, miss Kabel, 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 Kabel hier bin ich Kabel nein, da bin ich Kabel nicht abbauen meinst du das? das passiert mir immer wieder, ne? das passiert mir immer wieder äh, den erhaft war ich sofort zu bauen ach, das siehst du nicht dass ich das dort aufgewählt habe, oder? nein so eins zwei drei eins zwei drei drei sag mal Michi ja bist du eigentlich schon bereit? ja, mach so warte, hier will ich Eisen haben ähm Eisen ist ausgewählt hier wollen wir Platten haben Platten sind ausgewählt hier haben wir Eisen und hier wollen wir Platten das heißt ich will mach noch nicht nimm die jetzige die jetzige Plattenproduktion einfach lahmlegen mach mal grad nicht Moment du machst hinten nur Platten, richtig? dann mach ich jetzt hier bei mir nur noch Stangen ja, mach aber erstmal die Plattenproduktion einfach aus bei uns nee, warte kurz weil dann kann ich die nämlich schon mal einschalten ja ich also so ähm was soll ich? die jetzige Plattenproduktion abschalten warum? damit wir dann nicht da den Strom quasi einspannen können und den hier hinten verwandeln können nee, ich hab jetzt schon über auf Stangen geschaltet hier hat das schon ungebaut alles? braucht man ja nur im Gerät umzuschalten, ne? ja gut, und dann halt dann die Kisten sortieren, ne? ja, dann, äh mach mal bin gespannt, ob es geht ist alles angeschlossen wir haben 50 von 60 53 jetzt wir waren kurz bei 58 von 60 ui ja, also ah, schon wieder 58 jetzt 54 57 ja, Stromerfall ja ich hab einen neuen Generator sind kurz über 80 gekommen äh, 80 echt äh, hab genügend dabei wo soll ich ihn hinsetzen? ähm, hinten wo wir schon einen haben warte mal ich komm gerade hin oder baust du den? ich weiß nämlich nicht genau wohin weil hier ist wenig Platz bei denen genauer Ton ja, du kannst dann hier auf die andere Seite einfach hier vorne mhm, guck mal wie viel Platz äh hier eigentlich, dachte ich, links von dir wir mussten nur drehen, ne? alles rot, ne? ja, wenn das doch, da war der gerade, ne? jah, wo? so wir kriegen eigentlich nicht hier weiter in die Ecke rein hier so gedreht aber so weiter, 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 weiter weiter, weiter weiter und noch ein ja er wird so zwei zurück wir sind hier und jetzt ja muss so Produktion wir haben 7 ich hole schon mal Bio gleich gut durch die Anschlüsse und sonst haben wir sie auch schon voll ich weiß schon wie ich das mache nein immer auch der falsche mal spritz dabei so ich mach das jetzt hier mit dem letzten noch mal ein bisschen anders komm ab komm ab ja müsste eigentlich jetzt alles drauf sein Ich muss noch ein Radar hier was anbauen, hier stimmt grad was nicht. Das muss alles jetzt richtig sein. Kannst du mir mal grad helfen? Wo bist du ran? Hier, an der Optimierung an Eisen, direkt vor unserer Hütte. Das ist jetzt... Das ist immer noch zu neu, das passt nicht. Passt doch. Ja, aber genau der Zweifel muss hier in den? Der ist doch kein Problem. Und der da hinten muss aber noch in den rein. Das ist kein Problem. Oder du stellst einfach hier ein bisschen quer hin. Ja, dann versuch's mal. Ich hab jetzt Material nicht. Ich stell dir einfach ein bisschen quer hier rein. Wo meinst du jetzt? Drehen, 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 drehen. Ja, so ungefähr noch ein bisschen drehen. Jetzt ein Stück näher zu dir. Noch ein Stück. Ja. Jetzt nicht. Bisschen hier hoch. Ja. Okay, das wird knapp. Ja. So, und von da hinten... Das Lager müsste weg. Warte. Ja. So, das heißt, wir müssten jetzt von hier... Ein Förderband. Geht nicht. Förderband ist zu lang heißt es. Wir brauchen ein Fördermast dazwischen. Kannst du ein Fördermast dazwischen? Irgendwo auf der mittleren Bahn. Ja. Ne. Ich komm so. Ne. Geht, ne? Ja. Ja. Läuft. Läuft jetzt alles im Moment? Das Material kommt hier hinten auf jeden Fall an. Hier hinten aber nicht. Das ist ne Stohle? Ja. Die gibt's im Top. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte davor verlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, das. Juhu. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja. Tanzverbot ist am Start. Zauern. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Ja. Ähm. Lass mich. Oh mein Gott.